Montagmorgen Bremer Brücke. Wir haben uns getroffen mit Geschäftsführer Jürgen Wehlend. Jürgen, danke, dass du dir die Zeit genommen hast, kurz vor dem Weg nach Frankfurt. Ereignisreiche Tage für den vor Verlossener Brück, auch für dich persönlich. Und am Samstag hat sich der Stress Faktor dann nochmal erhöht. Ja, absolut. Wir haben ja am Freitag die Untersuchung begleitet, des Kontrollausschusses des DFB in Sachen dieses Tatvorwurfs der Spielmanipulation oder der Samstag kam dann richtig Druck auf den Kessel, nachdem wir während des Spiels erfahren haben, dass es eine Pressemitteilung geben würde. Das war so nicht abgestimmt. Aber wir haben dann schnell reagiert, in der Pressekonferenz auch informiert. Mehr war zu diesem Zeitpunkt, glaube ich, nicht möglich. Wir haben dann die Medien bedient und uns entsprechend erklärt. Und ja, im weiteren Verlauf galt die größte Aufmerksamkeit dann auch der Mannschaft und zu versuchen, eben dieses Spiel hier auch, so wie es gelaufen ist, vernünftig, sportlich fair zu Ende zu bringen, dass der Spieltag funktioniert. Das Stand im Wesentlichen im Vordergrund. Druck auf den Kessel, du hast es gesagt, durch die Pressemitteilung des DFB. Jetzt habt ihr euch am Samstag, am Sonntagmorgen nochmal mit der Mannschaft getroffen. Vielleicht kannst du da einmal kurz erzählen, was war der Stand der Dinge? Ja, während es am Samstag wirklich darum ging und in den Untersuchungen des Kontrollausschusses diesen Spieltag sportlich fair über die Bühne zu bringen und das hat wunderbar funktioniert, denke ich, ging es dann darum, wirklich aufzuarbeiten, mit der Mannschaft zusammenzukommen und erst mal wirklich ein Lob auszusprechen. In Summe, denn drei Spieler sind nicht die Mannschaft des VfL Osnabrück. Dann gleichzeitig aber auch deutlich zu machen, in welcher Situation wir sind. Denn durch die Pressemitteilung des DFB ist ja bekannt geworden, dass drei Spieler an diesem Manipulationsvorwurf offensichtlich beteiligt sind und dadurch andere Spieler in Verdacht geraten, unter Druck geraten, sowie der Verein an sich, insbesondere eben die Spieler. Wir haben sechs verletzte Spieler, die nicht im Kader sein konnten und die standen plötzlich unter dem Verdacht der versuchten Spielmanipulationen. Und das war Gegenstand der Gespräche mit der Mannschaft am Sonntagvormittag. Ein Grund dafür auch, dass sich dann am Sonntagabend zwei Spieler mit Marc Haider und Adi Menger zu den Vorwürfen geäußert haben? Ja, absolut. Also es ist so, dass die Mannschaft an sich wirklich sehr offen mit dem Thema umging, aber auch sehr konkret und sehr konsequent Konsequenzen dann entsprechend gefordert hat. Und beide Spieler haben sich entschieden, dann an die Öffentlichkeit zu gehen, nachdem sie sich mit dem Ombudsmann des DFB beraten haben, ein Vertrauensanwalt für die Spieler, der nicht in den Ermittlungen beteiligt ist, nicht Teil des Ermittlungsteams, sondern er begleitet die Spieler auch als eben Vertrauensperson. Und die Spieler haben dieses Angebot genutzt, haben sich mit ihm noch einmal abgestimmt und dann entschieden, an die Öffentlichkeit zu gehen. Wir respektieren das, denn nach einem wirklich Fehlverhalten, welches den Verein und die Mannschaft, alle Fans und Anhänger hier enorm unter Druck gesetzt hat und sicherlich auch imageschädigend ist, ist es so, dass sie sich hier nach einem großen Fehler, einem Riesenfehler eben halt in den Dienst der Mannschaft gestellt haben. Und das muss man respektieren. Mehr ist zu diesem Zeitpunkt, glaube ich, auch nicht möglich. Jetzt fragen sich natürlich alle, wie es eigentlich in dieser Sache weitergeht. Ja, man muss jetzt, nachdem der Druck etwas vom Kessel ist und die nicht beteiligten Spieler insbesondere wieder über jeden Verdacht erhaben sein können, man muss sich das ja vorstellen, zu Hause, die Familien, Freunde, das gesamte Umfeld fragt sich natürlich auch, ist derjenige Spieler denn Teil dieser Manipulation oder versuchten Manipulation. Und insofern ist es gut, dass es jetzt so ist, dass zwei Spieler sich erklärt haben und den Schritt nach vorne gegangen sind. Jetzt gilt es darum, die Untersuchungen auch wirklich abzuwarten, zu schauen, wie schnell der DFB seine Untersuchung fortsetzen kann. Dazu gehört die Befragung des Spieler und Verantwortlichen von Werder Brehm, dass es unseres Wissens noch nicht erfolgt. Und dann die Anhörung, denke ich, auch vorm Sportgericht. Und im Ergebnis wird es dann ein Urteil geben. Und wir als Verein können dann auf dieser Grundlage auch entscheiden, wie es weitergeht. Jetzt steht der Verein vor großen Herausforderungen, sowieso schon. Jetzt ist er durch diese Untersuchungen, durch die Ermittlungen noch mal in den Fokus gerückt, negative Schlagzeilen produziert. Inwiefern macht das die Aufgaben, die gerade anstehen, Stichwort Zulassungsverfahren, deutlich schwieriger als vorher? Ja, es ist extrem schwierig für uns. Also wir sind auch unglaublich enttäuscht. Unglaublich enttäuscht. So viele Menschen, die hier arbeiten, die in den letzten Jahren auch geackert haben, damit es weitergeht. Wir haben eine gute Ausgangsposition uns erarbeitet. Haben sicherlich eine gebrauchte Saison hinter uns, in der mehr drin war. Aber wir haben eben an der Grenze unserer Möglichkeiten auch zum Teil gespielt. Das muss man ganz klar sagen. Wirtschaftlich ist es so, dass wir im Grunde genommen, glaube ich, nur eine Chance haben, jetzt in der Krise zusammenzurücken als VfL-Familie. Mich erinnert das alles an 2014, als wir Rückschläge hatten. Nach der Führungskrise haben wir jetzt keinen handfesten Manipulationsskandal. Das glaube ich nicht. Den haben wir abgewendet. Das ist das Entscheidende. Also sowohl der DFB hat eine gut funktionierende Organisation dort unter Beweis gestellt, als auch wir. Wir haben reagiert. Wir sind offen mit der Sache umgegangen. Das ist eine Lehre, die wir auch gezogen haben, ja auch aus den letzten Wochen. Ganz klar zu kommunizieren, eindeutig zu informieren und auch Spieler in den Reihen zu haben, die nach einem Riesenfehler sich dann auch hinstellen und sagen, ich habe den Fehler gemacht. Das ist, worum es ja eigentlich dann auch geht, in der Niederlage dann auch die Größe zu haben und zuzugeben, dass man Mist gebaut hat. Enormen Mist, der im Zweifelsfall dem gesamten Verein schadet. Und der Verein ist mehr als drei Spieler. Das ist mehr als die Mannschaft. Es sind so viele Fans und Anhänger, die das einfach nicht verdient haben. Und ich glaube, jetzt geht es darum, eben zusammenzurücken. Miteinander können wir das schaffen. Wir haben noch zwei Wochen, um die Bedingungen zu erfüllen. Und wenn wir jetzt anfangen, im Gegeneinander uns Vorwürfe zu machen, dann haben wir keine Chance. Heute geht es darum, beim DFB letztendlich Voraussetzungen dafür zu schaffen. Es ist die letzte Instanz, der Zulachs- und Beschwerdeausschuss. Wir haben gegen einige Entscheidungen des DFB Widerspruch eingelegt. Es geht um das Anerkennen von Umsatzerlösen, zum Beispiel im Bereich Werbung. Das werden wir heute fortsetzen in den Verhandlungen, die heute Mittag beim DFB beginnen. Und dann hoffen, dass wir dort auch einen Teilerfolg erreichen können. Aber maßgeblich ist die Unterstützung der Fans und Anhänger. Stichworte wie die Verlängerung des Crowdfundings, welches gerade läuft, der Dauerkartenverkauf für die nächste Saison. Wir spielen im DFB-Pokal. Wir brauchen die Unterstützung. Wir brauchen die Unterstützung aller Fans und Anhänger des VfL Osnabrück, denn nur miteinander geht es. Hast du jetzt in den letzten Tagen ein bisschen was aufsaugen können aus dem Umfeld? Was hast du für Mitteilungen bekommen von Freunden, Bekannten, Anhängern des VfL Osnabrück? Wie ist die Stimmungslage jetzt konkret? Hast du das Gefühl, dass so eine jetzt erst Rechtsstimmung einsetzen kann? Ja, es war in den ersten Stunden oder nach Bekanntwerden, nach dem Spiel ja auch, eine Art Schockstarre. Also viele waren wie paralysiert, waren entsetzt, haben gesagt, warum immer wir? Das hat sich in den letzten Stunden dann auch Sonntag auch gedreht, muss man sagen. Und gerade heute Morgen habe ich noch eine Nachricht von einem Anhänger gelesen, der schrieb, ich kann es immer noch nicht glauben, aber vielleicht gelingt es uns gemeinsam jetzt wirklich die Karre aus dem Dreck zu ziehen, das Ruder nochmal rumzuschweißen. Wir dürfen nicht aufgeben. Ist das der Appell in diesen Tagen? Das ist genau der Appell. Nicht aufgeben, weitermachen, das, was wir erreicht haben, jetzt einfach nicht aufzugeben und gemeinsam durch diese schwere Situation zu gehen. Das wäre aus meiner Sicht das Entscheidende. Alles klar. Vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank.